Herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Heute gucken wir uns sehr positive Cardano-News an und warum das eine weitere ADA-Rallye einleiten könnte. Außerdem gucken wir uns an, wie der Bitcoin die Widerstandsniveaus gebrochen hat und Ethereum in dem Fall auf 2000 Dollar ansteigen konnte. Und zu guter Letzt gucken wir uns noch das Thema rund um Ripple und Santander an und wir stellen uns natürlich auch die Frage, ob diese Partnerschaft in Zukunft weiter bestehen kann. Falls dir diese Themen jetzt schon gefallen und du auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, dann gib diesem Video doch gerne einen Daumen nach oben und abonniere gerne auch meinen Kanal. Bevor wir mit dem heutigen Video starten, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass PrimeXBT dieses Video heute sponsert. Alle weiteren Informationen zu der Seite findet ihr am Ende des Videos. Wir gucken uns nun das allererste Thema an und hierbei geht es vor allem um die super positiven News rund um Cardano. Denn in den letzten zwei Tagen sind wirklich sehr, sehr positive Dinge hier vonstatten gegangen. Zum einen hat das Blockchain-Entwicklungs- und Forschungsunternehmen IOHK nun bekannt gegeben, dass die Cardano-Blockproduktion vollständig dezentralisiert wurde. Das wird also jetzt komplett durch die Community getragen und das ist eben ein extrem wichtiger Schritt. Das heißt also, die Stakepool-Betreiber der Cardano-Community haben nun die Produktion der Blöcke komplett übernommen und sind dafür 100% verantwortlich. Das sind also erst einmal sehr, sehr positive News und in einem Blogbeitrag dazu findet man die folgenden Informationen. Unsere SPO-Community hat maßgeblich dazu beigetragen, Cardano an diesen Punkt zu bringen. Heute haben wir etwa 2300 Pools, die ausreichend Blöcke generieren und Teilnehmer belohnen. Einige werden von Exchanges kontrolliert, andere von Single-Pool-Community-Betreibern. Alle bringen in das Netzwerk einen Wert ein. Von einer föderierten Chain mit zentralisierter Blogproduktion zu einer Chain, deren Blöcke vollständig von der Community geprägt werden, ist das ein langer Weg. Aber wir sind schon gut vorangekommen. Man sieht also ganz klar diese massive Entwicklung im Cardano-Kontext. Außerdem wurden ja auch drei Säulen der Dezentralisierung in Bezug auf Cardano definiert. Blogproduktion, Networking und die Governance. Diese drei Punkte oder Säulen sind eben die wichtigsten. Und hier versucht in dem Fall die IOHK eben die bestmöglichen Gesamtergebnisse zu erreichen. Das Spannende ist nun, dass Cardano über die letzten Monate innerhalb eines steigenden Dreiecksmusters gehandelt werden konnte. Wir haben jüngst einen Swing-Tief gebildet. Hier haben wir dann letztendlich einen Abprall der Hypotenuse gesehen. Und das führte dazu, dass in dem Fall Cardano auf knapp 1,18 Dollar steigen konnte. Nun ist eben die Frage, ob der Kaufdruck weiter anhalten kann. Wenn es so sein sollte, dann werden wir wahrscheinlich einen weiteren Anstieg um 22 Prozent sehen. Das würde also bedeuten, dass wir Richtung 1,46 Dollar steigen können. Im schlechtesten Fall könnte es aber auch sich komplett umdrehen. Und das würde bedeuten, dass wir im schlechtesten Fall wieder Richtung 1,18 Dollar abprallen könnten bzw. entsprechend sinken werden. Es gibt hier einiges an Potenzial im Cardano-Kontext. Wir können hier in den nächsten Wochen wohl einen weiteren Anstieg aufrechterhalten wird. Sollte es Cardano dann gelingen, den Schlusskurs von 1,46 Dollar zu erreichen, könnte es dann nach oben gehen, Richtung 2 Dollar sogar. Das sind natürlich extrem bullische Aussichten in dem Kontext. Es bleibt also spannend, ob die Dynamik hier aufrechterhalten werden kann. Ob wir also in den nächsten Wochen dann einen weiteren Anstieg sehen werden. Oder ob wir in dem Fall wieder auf das Niveau von 1,18 Dollar bzw. dann vielleicht sogar Richtung 1,12 Dollar oder sogar unter 1 Dollar wieder fallen könnten. Es bleibt extrem spannend. Es gibt eben auch 112.000 Adressen, die knapp 2,4 Milliarden ADA-Token gekauft haben. Und das sind natürlich auch wichtige Kennzahlen, die hier als bullisches Momentum wahrgenommen werden können. Das verstärkt letztendlich natürlich auch diesen Bullrun, den wir gerade sehen. Und damit könnte ADA in der nächsten Zeit eben auch neue Höchststände erreichen. Es bleibt also spannend. Die positiven News rund um Cardano bzw. ADA reißen nicht ab. Und ich bin persönlich davon immer noch überzeugt, dass wir in Zukunft noch einiges von Cardano erwarten können. Gucken wir uns das zweite Thema an. Und hierbei geht es vor allem um den wichtigen Widerstand von 60.000 US-Dollar. Wir sind häufig daran abgeprallt. Heute haben wir diesen Wert kurzzeitig schon gebrochen. Aktuell liegen wir wieder unter 60.000 US-Dollar. Wobei es aber natürlich noch einige Stunden gibt bis zum Ende des Tages, wodurch also der Bitcoin auch hier nochmal über 60.000 US-Dollar steigen kann. In dem gleichen Atemzug ist ETH auch über 2.000 Dollar gestiegen. Ein wichtiger Wert, der hier erreicht wurde. Umso spannender wird es nun also sein, wie es da nun weitergeht. Wir haben hier einige bullische Tendenzen in der Vergangenheit schon gesehen. Wir sind seit der letzten Korrektur häufig auf dem Niveau Richtung 59.000 US-Dollar wieder unterwegs gewesen. Wir konnten aber dann nie wirklich die 60.000 US-Dollar überwinden, weil der Widerstand einfach viel zu groß war. Nun sieht es aber so aus, als könnten wir zum einen eben die 60.000 US-Dollar überwinden. Das könnte bedeuten, dass wir in dem weiteren Atemzug eben Richtung 70.000 US-Dollar steigen können. Denn CryptoAd, ein Trader, der geht eben auch davon aus, dass sogar 73.000 US-Dollar gar nicht unrealistisch sind und dass in dem Atemzug ETH nochmal um 300 Dollar ansteigen kann. Auf jeden Fall gibt es hier wieder die ein oder andere sehr, sehr bullische Einschätzung, gerade wenn es um den kurzfristigen Zeitrahmen geht. Langfristig gesehen geht es dann eher so um Prognosen rund um die 288.000 US-Dollar, so wie wir das in der Vergangenheit schon häufiger gehört und gelesen haben. Es gibt diese Aussagen sehr, sehr häufig, eben auch zum Beispiel von Plan B mit dem Stock-to-Flow-Modell, denn auch dort wird zum Beispiel ein ähnlicher Wert von über 100.000 US-Dollar häufiger kommuniziert. Es bleibt also extrem spannend, ob wir die 57.500 US-Dollar, wo wir letztendlich im Februar abgelehnt worden sind, nun zu einer entsprechenden Unterstützung umwandeln können. Das ist jedenfalls die Ansicht von dem Twitter-Händler Racked Capital, der sich auf Twitter dazu geäußert hat. Parallel dazu konnte ETH eben auch nochmal an Momentum gewinnen. Wir haben die 2.000 US-Dollar heute überwinden können, das erste Mal seit dem 20. Februar. Ein sehr, sehr schöner historischer Anstieg, den wir hier gesehen haben. Wichtig ist eben nun, ob wir weiter bullisch ansteigen können. Es gibt hier auf jeden Fall weitere Ziele. Hier geht es nämlich dann um 2.600, 5.000 bzw. 10.000 US-Dollar pro ETH. Das wären natürlich extrem bullische Zahlen. Doch die Frage ist natürlich, ob gerade aufgrund dieser riesigen Gas-Fees, die wir nun mal haben, ob dieser Preis auch wirklich realisierbar ist. Scheinbar gibt es aber immer mehr Personen, Persönlichkeiten, Investoren usw., die ihre Bestände von verschiedenen Exchanges abziehen. Auch ETH zum Beispiel. Dort ist es so, dass immer mehr Bestände abgezogen werden. Alleine seit Mai 2020 bis zum März 2021 sind die Bestände immer weiter abgesunken. Hier wurden nochmal über 6 Millionen ETH abgezogen. Parallel dazu ist eben auch der Preis angestiegen und umso spannender wird es also nun sein, das entsprechende Jahr hier weiter zu beobachten. Ich persönlich würde immer noch in die Richtung tendieren, das eigene Portfolio weiter zu diversifizieren, Bestände aufzubauen, langfristig orientiert zu handeln. Und ich glaube, dann gibt es hier einiges an Potenzial, langfristig gesehen, gute Renditen und Gewinne zu erwirtschaften. Gucken wir uns das letzte Thema an. Und hierbei geht es vor allem um die Partnerschaft zwischen Ripple und Santander. Die Bank hat ja tatsächlich Ripple die Stange gehalten, nachdem es ja durch die SEC eine Anklage gab. Ihr kennt das ganze Thema. Letztendlich wurde Ripple Labs nun dazu angeklagt, dass sie wohl einen unregistrierten Wertpapierhandel in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar durchgeführt haben sollen. Nun ist eben die Frage, ob das tatsächlich der Fall ist oder nicht. Es geht hin und her. Es gibt immer mal wieder neue Informationen, mal zugunsten von Ripple, mal zugunsten der SEC. Letztendlich gibt es aber noch keine endgültige Entscheidung. Und viel wichtiger ist es ja eigentlich, wie sich die Partner im Ripple Labs-Kontext hier verhalten. Denn was wir in dem Atemzug ja mitbekommen haben, ist, dass zum Beispiel MoneyGram sich von Ripple Labs getrennt hat. Wir haben außerdem das D-Listing gesehen auf verschiedenen Börsen in den USA. Das betraf tatsächlich auch nur die USA. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass XRP hier massiv eingebrochen ist. Santander als große Bank ist aber tatsächlich Ripple Labs hier treu geblieben. Das könnte vor allem mit der eigenen Mobile Payment App OnePay FX zu tun haben. Denn aktuell wickelt Santander alles über Ripple ab. Das heißt also, sie haben eine entsprechende Abhängigkeit. In der Vergangenheit gab es dazu schon sehr, sehr positive Äußerungen. Man war davon überzeugt, dass Ripple hier genau die richtige Lösung anbieten würde. Und deswegen gab es diese Partnerschaft, die letztendlich sehr, sehr wichtig war. Und da hat man dann eben auch entsprechend gesehen, welches Potenzial XRP denn eigentlich aktuell hat. Das ganze Thema ist nun aber die Frage, ob Santander in der Zukunft weiter mit Ripple Labs zusammenarbeiten wird. Das große Problem ist ja zum einen, dass sogar die Betreiber bzw. die Gründer von Ripple Labs hier gerade ins Visier der SEC geraten, weil sie sich eben wohl bereichert haben sollen durch XRP-Verkäufe. Das Ganze ist noch nicht wirklich geklärt. Und es gibt hier viele Fragestellungen, die komplett offen sind. Umso spannender wird es dann sein, das Ganze in der Zukunft weiter zu beachten. Wichtig ist hierbei aber immer noch, dass diese Aussagen der SEC immer noch nur für die USA gelten. Alle anderen Länder haben sich entweder gar nicht oder positiv zum Thema Ripple Labs geäußert und sind eben nicht davon überzeugt, dass es in irgendeiner Art und Weise einen illegalen Wertpapierverkauf gab. Das könnte also bedeuten, sollte Ripple tatsächlich hier dieses Verfahren verlieren, könnten sie sich einfach aus den USA zurückziehen und in den restlichen Ländern der Welt eben entsprechend agieren. Es bleibt also extrem spannend. Ich bin gespannt, ob Santander hier Ripple Labs weiterhin die Stange hält, ob sie zusammenarbeiten, weitere Lösungen erarbeiten oder eben nicht. Oder ob sich Santander letztendlich dann auch zurückzieht und sich dazu entscheidet, selber Produkte umzusetzen. Das große Thema könnte dabei eben sein, dass sie vielleicht nicht das technologische Wissen haben, um eben diese Lösungen anzubieten. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich persönlich halte von XRP langfristig gesehen immer noch sehr, sehr viel die Lösungen, die sie eben präsentieren bzw. integriert haben, gerade wenn es um das grenzenübergreitende Zahlungssystem geht. Das ist nun mal etwas, was langfristig orientiert sehr, sehr wichtig ist. Das wird viele Probleme lösen und aus meiner Sicht hat XRP immer noch extrem viel Potenzial, wobei es natürlich ein sehr spekulativer Ansatz ist, gerade wenn es eben aktuell noch eine Anklage der SEC gibt. PrimeXBT ist eine super interessante Handelsplattform, auf der ihr aktiv handeln könnt. Es gibt über 50 Märkte, 24,7 Dienstleistungen. Alle wichtigen Handelspaare könnt ihr hier aktiv traden und handeln. Das ist also auch der Sponsor des heutigen Videos, PrimeXBT, über den ersten Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch auf der Seite sehr gerne registrieren und euch die Seite in Ruhe mal angucken. Wie gesagt, eine sehr liquide Plattform, auf der man sehr aktiv traden kann, wenn man das möchte. Sie gehören mit zu den besten Forex Brokern. Sie haben natürlich auch die entsprechenden Zusätze mit integriert, wie zum Beispiel Margin Trading. Und sie haben auch eine sehr, sehr schöne App. Die ganzen Layouts und so weiter sind sehr übersichtlich gestaltet, sodass man also keinen unnötigen Schnickschnack mit sieht. Das heißt also, auch hier gibt es sicherlich den ein oder anderen positiven Faktor rund um die Usability. Deswegen ist das gar nicht so uninteressant, falls ihr aktuell einen neuen Broker sucht, euch PrimeXBT einfach mal in Ruhe anzugucken. Wichtige Kennzahlen sind eben auch, dass über 12.000 Aufträge pro Sekunde ausgeführt werden. Außerdem haben sie normalerweise über 500 Millionen Dollar an Handelsvolumen am Tag, wobei die Werte teilweise auch deutlich höher unterwegs sind. Und innerhalb von 7 Millisekunden werden die Orderausführungen eben durchgeführt. Das Ganze funktioniert also wunderbar. Und so wie man das von anderen Brokern kennt, gibt es eben auch die Möglichkeit, hier anderen Tradern zu folgen, sich die entsprechenden Strategien anzugucken. Das heißt also, auch Copy Trading funktioniert hier theoretisch. Auch eine wunderbare Möglichkeit, um in das Thema Trading mit reinzukommen und sich damit auseinanderzusetzen. Wenn ihr euch mit dem Thema Trading noch nicht auseinandergesetzt habt und eben auch keine Erfahrung habt, dann solltet ihr auf jeden Fall aufpassen. Es gibt einen sehr, sehr hohen prozentualen Anteil von Tradern, die sehr, sehr viel Kapital verlieren. Ihr könnt erst einmal ein kostenloses Konto eröffnen, ganz entspannt euch die Plattform angucken und dann ganz langsam euch herantasten. Wichtig sind eben auch immer Demokonten und so weiter, um erstmal herauszufinden, wie das Ganze funktioniert, um die ersten Gehversuche zu machen. Letztendlich muss man eben auch sehr, sehr viel Zeit investieren, um darin sehr, sehr gut zu werden. Ihr habt außerdem natürlich auch die Möglichkeit, verschiedene Hebel zu benutzen. Das sollten aber wirklich nur die Profis unter euch tun und niemand sonst, denn das erhöht natürlich auch das Risiko, deutlich schneller Kapital zu verlieren. Denn letztendlich ist diese Plattform höchst liquide, außerdem ist sie sehr, sehr einfach aufgebaut. Sie bietet einige Features, sehr, sehr viele Märkte, viele Produkte und sie bietet eben auch das Thema Copy Trading an. Deswegen guckt euch die Seite gerne über den ersten Link in der Videobeschreibung an. Ich persönlich kann euch PrimeXBT sehr ans Herz legen. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.